Der Ruderverein Treveris Trier Der Ruderverein Treveris Trier Dort kann man hingehen, aktiv werden und daran teilnehmen Zudem gibt es ein Rahmenprogramm, was mit Sportangeboten und Gesundheitschecks gespickt ist Das waren unsere Sport- und Aktivtipps für dieses Wochenende Wir hoffen, es ist etwas dabei für euch Wir sehen uns nächstes Wochenende wieder, wenn es heißt Die Sporttipps vom Sportbund Rheinland Die Sporttipps vom Sportbund Rheinland Die Sporttipps vom Sportbund Rheinland